Als wir auf der Uni waren, war ich ziemlich in dich verknallt. Ich hab das gleiche gefühlt. Das Problem ist, dass ich so ziemlich jede scharf finde. Das ist, als ob ich jeden Tag neu aus dem Gefängnis entlassen werde. Das ist echt ein Problem. Vom ersten Moment an... Du bist in meine Geburtstagsparty reingeplatzt, hast mich Julie genannt und Rotwein über meine Bluse geschüttet. Autsch. Stand fest, dass Emma und Dexter zusammengehören. Sorry, ich kann sowas nicht. Dann lass uns einfach nur Freunde sein. London macht mich fertig. Aber dann... Bestell dir, was du willst. Alles, was nicht mehr kostet als 14 Pfund? Kam ihm das Leben dazwischen. Mit 25 hat doch noch keiner einen Plan. Du hast gut reden. Bist jetzt TV-Moderator. Willkommen zu Late Night Lock-In! Hast eine schicke neue Wohnung, Gruppensex dienstags und freitags. Ja, schon, aber tief in meinem Innersten weinig. Ich rufe nur an, damit du weißt, dass du die beste Freundin bist, die ich habe. Ich bin berührt, Dexter, aber du bist total breit. Dexter? Dex? Du bist fantastisch und berühmt. Ich liebe dich, Dexter, aber so mag ich dich nicht mehr. Die Verfilmung des Nummer-eins-Bestsellers. Du wirst heiraten? Ja. Von der Kritik gefeiert. Du hast mir gefehlt, Dex. Ich habe meine Karriere versaut. Ich habe auch meine Freundschaften versaut. Das ist nicht wahr. Ich brauche jemanden zum Reden. Nicht jemanden. Dich. Ich brauche jemanden zum Reden. Ich brauche jemanden zum Reden. Vielen Dank.